Der Maschinenfunk meldet sich aus dem wunderschönen Leer. Wir sind heute Abend im Zollhaus und das wird, wie es sich gehört, standesgemäß zerlegt. Wo sind wir denn? Wo sind wir heute aufgewacht? Ich weiß es gar nicht mehr. True life. Man weiß nicht, wo man aufwacht, man weiß nicht, wo man ins Bett geht. Aber man wacht auf. Ich bin bei meiner Lieblingsbeschäftigung. Den Trommel aufbauen. Fängt hier an zu schwitzen, fängt man hier an so langsam. Hallo. Oben gibt es Essen. Ja, schönes Venue hier. Sehr viel Holz, schöner Holzboden, große Bühne, sehr gemütlich. Ich freue mich. Ich habe hier gerade diese mega geilen Balkenständer da oben gesichtet. Gesichtet. Zollhaus. Geiles Gebäude. Urig bis zum Anschlag. Und der René, der kann erklären, um was es sich da handelt. Was denn? Ja, die Klötze dazwischen, ne? Die wird man knacken. Stabil. Voll die Macht. Genau wie wir. Heute Abend. Knacken. Knacken. Nicht wie Knackelbrot, sondern Knacken. Mit G. 2G. Hallo. Hallo, hallo. Hier ist Tobi und der René. Hallo. Juhu. Freunde, woran erkennt man, dass man in einem liebevollen und herzlichen Club gelandet ist, wenn das Klopapier so aussieht? Wenn ihr uns jetzt den Dirk filmen würdet, ist ja ganz schön. Hallo. Ich kann ihre Geheimzahl sehen. Hallo. 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 Einmal Promis Rot-Weiß, bitte. Einmal mit Schranke? Ja. Moment. Bitteschön. Viel Spaß da, bitte. Hallo, Leila. Hallo. Ja, Wahnsinn. Guck, guck. Wir sind bescheuert, oder? Ich wurde beauftragt, hier was Schönes zu spielen. Und das geht so. Da hinten ist ein Loch, das geht direkt zum Bühnenaufgang. Wenn die Jungs von Zauberin gleich auf die Bühne gehen, dann können wir noch irgendwie so ein bisschen Wasser runterkippen. Komm, Leila. Ja. Du musst ja schon wieder was Schönes spielen. Natürlich. Okay, dann probieren wir was Schöneres, sonst vorher. Oh, geil. Das machen wir jetzt, oder? Oh, geil. Da kippen wir den Soulbounce nachher mit Bier auf den Kopf während dem Auftritt. Ja. Hey, René. Ja. Willst du das Essen sacken lassen? Ja, ja. Das hilft, um das Essen runterzuballern. Aber das machen wir doch jetzt nicht auf dem Tour-Tagebuch. Das macht doch schon loll. Willst du auch ein bisschen schwarze Farbe haben? Nee, ich kann hier das ausmalen. Guck mal hier. Du hast da so schöne Muster. Geh weg. Warte, warte, warte. Lass mich doch. Geh weg. Das ist so ein bisschen malen nach Zahlen. Aber der muss ein bisschen mehr anstrengen. Warte mal. Oh, Mensch, jetzt hast du gewackelt. So, hier vorne noch so ein bisschen. Guck mal da. Ich hab noch andere Farben. Ich hab noch Gold und Silber. Wie wärs damit? Zieht ein bisschen aus, ob mein Neffe das ausgemalt hat, ne? Das müssen wir noch ein bisschen üben. So. Wunderbar. Ich bin ein Künstler. Na klar. Hey, Leute. Gib mal Dirk einen fett Applaus für euch. Das ist Andy von Caliban. Unser Gast. Wir sind sehr froh, dass er hier ist. Ohne Mikrofon. Ich spasse, wie er da hier abgeht. War schön. Ohne Mikrofon. Ohne dich, als Teil vom schwarzen Menschenmeer, bleibt unser Dasein seelenleer. Wir brauchen das so sehr. Wir brauchen das so sehr. Wenn ein Licht im warmen Sturm sein Ende sucht, schlägt eure Welle in die Bucht. Danke für die Sucht. Danke für die Sucht. Das war das beste Konzept überhaupt.